Er hat uns sehr viele Exponente gehabt. Wir erinnern uns schon, Paul Orlando, der unser Primatist nationaler, der vierter in den Olympiaden von Los Angeles war. Er war 85, 74, er hat nur 30 cm unter seinem Personal-Rekord und es ist wirklich eine Gara, die sich aus dem Primo Lancio demonstriert, wie... Joris Sedic aus der Sowjetunion beim Hammerwerfen. 86, 74, Weltrekord. Seine bisherige Bestmarke verbesserte Sedic damit. ... 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